Willkommen, Prelat Imkamp. Danke. Was charakterisiert eigentlich einen Spießer, der den Blick für die katholische Weite verloren hat? Enge. Enge, ein Fokus auf seine Umgebung, Nahumgebung, fokussierter Blick. Die Diktatur des Mann, was trägt man, was sagt man, was tut man, was tut man nicht. Der Spießer ist allgegenwärtig, in jedem Milieu, auch in den Milieus, die sich für ganz besonders abgehoben und weltoffen halten. Spießer sind vielleicht sogar die vorherrschende Spezies. Und Spießer haben immer Schwierigkeiten mit dem Christentum im Allgemeinen und der katholischen Kirche im Besonderen. Denn die katholische Kirche ist nie eng, sondern immer offen. Deswegen ist es auch nicht möglich, als Katholik Nationalist zu sein. Man kann Patriot sein, aber nicht Nationalist. Und so stößt die katholische Kirche immer wieder auf Zeitgeistwiderstände. Und diese Widerstände sind in der Regel ganz furchtbar spießig. Ihr Buch sei kein Spießer.